hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von americans maxima der stafel 3 reloaded befinden uns aktuell in dallas beim peterbild händler und wir kaufen uns jetzt den mac titan superliner lassen den uns liefern nach winnipeg und gucken ob wir schon was ändern können an der ausführung das ist das beste was es gibt den ersten motor haben wir schon drin 625 ps getriebe haben wir ein 13 gang getriebe mit retarder ich glaube auch nichts mehr machen wir könnten prinzipiell jetzt hier sogar noch ein bisschen was verändern dem ein bisschen farbe geben das war ja auch eher so special mäßig mit dem so ein bisschen 7200 noch dazu guten pulver können wir noch hinpacken guter gott mannisch gibt es ja viele ausfahrt holy das ist doch gar nicht aus oder wenn das da oben dran klebt glaube ich ne lassen wir es einfach mal bei dem dann nehmen wir den oder hat man schon besser ich glaube belassen wir auch erstmal die größten sachen hier erstmal dabei bleiben einfach mal bei dem kontinent ändern auch hier erstmal nix gut viel können wir auch gar nicht wirklich machen gut der turbo wegen ist natürlich relevant die hörner könnten wir noch gebrauchen rundum leuchten wäre auch nicht schlecht flaggen muss nicht sein dann müssen wir auch nichts ändern kein mirror ich würde sagen dementsprechend haben wir schon fast ausgerückt vielleicht auch immer später die reifen zu behörer können wir auch nicht wirklich viel hier drin anhängen weiter gut die mir aus bleiben dementsprechend haben wir den truck so gesehen auch schon volletunet mit 131.740 dann lassen wir ihn uns mal liefern und dann kann unsere reise jetzt auch beginnen vielleicht entdecken wir irgendwann auch noch einen händler wo wir den mech csu pinnacle kaufen können oder csu ich glaube ja lustigerweise müssen wir uns sogar noch mal aus ohr hauen geil das wird das wird das wird spaß hauen muss noch mal kurz aufs ohr und suchen einen auftrag natürlich ist es dunkel super suboptimal suchen einen auftrag von winnipeg aus autos muss man sich 20.500 von winnipeg nach colorado springs in colorado vermutlich 1869 kilometer diese folge für dementsprechend etwas länger 57.000 bekommen wir dafür nicht schlecht das heißt wir fahren kurz okay wir fahren durch minister von minnesota wir fahren von manitoba nach minnesota nach north dakota nach south dakota nach nebraska rein in iowa und dann wieder nach nebraska dann nach colorado dann würde ich sagen ab nach colorado springs hier wird mehrere folgen lang dann wollen wir mal den auftrag ich mache euch hier ich mache euch hier ich mache euch hier ich gehe euch hier Wir wissen ja, wir brauchen den LKW zu zusätzlich nochmal knapp 113.000 für den ersten Fahrer, dementsprechend brauchen wir so um die 300.000 sagen wir mal, 300.000 kann man gut gehen und dann können wir uns, wenn wir um die 300.000 haben, wieder zurück nach Winnipeg begeben und dann hier einen LKW zu kaufen, die Rade zu upgraden und so weiter und so fort. Dann ab zum Frachtmarkt. Autos nach Colorado Springs. Dann wollen wir mal. Ja, 20.000. 1.500 Pfund nach Colorado Springs. Dann wollen wir mal so hinkondeln. So lange halt, bis wir schlafen müssen. Das wird garantiert einmal der Fall sein. Ich hoffe, dass wir nicht allzu viel Landschase fahren. Dann können wir mal so hinkondeln. Ich schlaue mal den Typenmat auf 91 Kilometer pro Stunde und dann geben wir separat nochmal Gas. Bis zum nächsten Mal. Halten wir es mal ein bisschen möglichst weit rechts und da vorne schleichen sie auch schon wieder. Mal lassen, dass das andere noch klar werden wird. Aber gut, wir sollten auch relativ bald auch bei der Grenze sein. Wie viel war es ja jetzt nicht. Das wieder so geschlichen wird. Okay, wir schauen einfach mal kurz auf die Karte. Ich hoffe, dass es möglichst schnell zweispurig wird. Jawohl. Nicht mehr weit und dann geht es in Amerika weiter zweispurig. Zumindest. Obwohl ja doch. Der geht dann höchstwahrscheinlich komplett zweispurig. ganz bis nach Colorado Springs. Wunderbar. Das ist doch schon mal gut zu hören. Das wir nicht über seine Straße fahren. Das wir nicht über seine Straße fahren. Dann können wir ja in Amerika auch wieder alles ausfahren. vor allem ist es dann nicht ganz zu eng, weil man sieht irgendwie auch ein bisschen mehr. also ich jetzt vor allem, weil Sommer, Sonde und so weiter und so fort. ganz hoch. Rollen campeht. Das war's aus. 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 써UNTście. Mal bist du jetzt hier. Ich hab's mit entrar. Be Lubин. Alles into den Stein. Ich hab's mit Tallinn. Immer. Und das war's. So, wunderbar, dann haben wir umgestellt. Und wir sind in Amerika. Dann wollen wir in der Mitte kommen. Wehe, die KI bremst uns wieder hier aus. Das war gut, das war gut. Bei den freien Wegkacken. Und wir sind in der Mitte kommen. Jetzt gerade wieder die Festplatten zu beansprucht werden. Also gerade eben war es, weil mal wieder hier im Hintergrund was installiert werden musste. Von Wargaming. Boah, das kann ja jetzt nicht wieder dasselbe sein, ne? Geht schon wieder leicht bergauf, wie man merkt. Zum Teil noch ein bisschen steiler. Oh. Den hat man aber auch wieder schwer gesehen hier, ne? Also das Problem mit den Mods ist halt zum damaligen Zeitpunkt diese Mods auf alle Fälle keine wirklichen Rücklichter hatten. Und auch keine Bremslichter. Weiß nicht, ob die Mods mittlerweile geupdatet wurden. Wenn das nicht mehr so ist, müsste man dann halt im späteren Verlauf überprüfen. Kannst du mal auf die rechte Seite gehen? Ansonsten holt sich gleich rechts. Damit sind wir im höchsten Gang der Gefühle so gesehen. 1022 Meilen haben wir noch. 1022 Meilen haben wir noch. 1022 Meilen haben wir noch ein paar Prozent. Das ist aber dreispurig. Das ist aber dreispurig. Auf den 3-Meilen haben wir nur zweispurig. ist echt schwer zu sehen, also das ist eigentlich eher nur so ein grobes Raten, wenn man jetzt nichts rechts beim Blinken jetzt aktuell gerade sieht dann ist freie Bahn ansonsten ja das ist eher ein No Risk No Fun ein Dingsen, einfädeln ist halt schwer zu sehen aktuell mit der Sonneneinstrahlung die auf dem Bild schon geht mit dem ganzen Licht und so weiter weil die Sonneneinstrahlung ist es eigentlich gar nicht es ist einfach nur das zusätzliche Licht zu gesehen was an die Gardinen ballert da war es nur noch 970 Meilen bei uns der aktuellen Geschwindigkeit man kann ja auch ungefähr einschätzen wie schnell man das Fahrzeug überholt hat wo es dann ungefähr sein müsste kann dann dementsprechend auch handeln wir sind im höchsten Gang also höher geht nicht deswegen knattern wir mehr oder weniger Richtung Süden Richtung ich vermute mal, dass wir äh, wo war denn das noch nicht das war noch vor Iowa ähm ne, ne, warte, war es nicht äh, was war es nochmal ich hab's vergessen wir fahren durch Minnesota nach North Dakota durch South Dakota äh das vierte hab ich dann wiederum vergessen verdammt aber ich sag mal wir werden auch vor Iowa ähm uns in die Koje hauen müssen das war ganz unsicher ob da vorne jetzt noch ein Fahrzeug ist oder nicht war das Minnesota ich bin auch ganz unsicher ah ne Minnesota war jetzt zuerst er meint äh ich hab's vergessen die sind so so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir sind sogar schon in South Dakota Ja, alles richtig flott hier gerade Neun Stunden haben wir sogar pennen, vermutlich Können wir demnach sogar Nach Iowa sogar Müssen wir dann erst Uns aus dem Ohr hauen Ich denke mal, wir werden uns vielleicht sogar früher aufs Ohr hauen Oh Gott, oh Gott, oh Gott Sprich nicht in neun Stunden Fahrt, sondern Ja, je nachdem Also ich würde mal sagen, wir fahren noch so vier Stunden oder so Und fahren dann beim nächsten Mal zehn Stunden Ich meine die Folgeweise, wir so schön lange noch mit dem LKW auswählen und so weiter und kaufen Können wir lieber nochmal ein bisschen mehr splitten hier Aber wir sind davon Bleibt es einfach warm Zu warm Aber wir sind noch vielleicht ein bisschen bei was Kühlerem Heizen Ah, der Motor, der ist schon Der Mac Titan Superländer ist schon Er ist schon nice Bekommt man zwar ein bisschen mehr Lust auf irgendwie Western oder auf Australien und so zu fahren Dort aber Mal schauen Fällt mir auf, ich soll schon nochmal nachgucken Ob es Hot Backpackers mit dabei Neu folgen, wie wir dann durchschaffeln Oder ob es Das es überhaupt noch gibt Jetzt vor ich mal so gerade drüber nachdenke Wir sollen 777 Meilen noch Aber schon ein ganz gutes Stück würde ich schon fast behaupten geschafft Von den Meilen her auf alle Fälle so um die 400 Meilen Mal kommen wir doch schon ganz gut voran hier Und dann gibt es wieder zwei da wo halt einfach wirklich die Lampen leuchten Und dann habe ich das Gefühl, dass ich hier Ja, wenn wir den Titan, Mac Titan fahren, dass ich Nicht mehr so stark die Übernusslautstrecke haben sollte Dann schreie ich ja einfach nur noch Also sich übersteuern sollte man auch ja nicht Das klingt ja irgendwann nicht mal so pralle, ne Oh, Unfall Ist halt die Frage Wo könnten wir denn Pennen Schauen wir mal kurz auf Wir sind jetzt bei Sioux Falls Äh Omaha Wird dann sagen wir, dass wir nach Omaha Es probieren Zu schlafen Ist einfach mal dort ein Wegpunkt Dann müssen wir, okay, ab dort Äh, ja Das fangen wir nochmal an Omaha vorbei Und dann fahren wir beim nächsten Mal Die Interstate 80 Weiter gehen Westen Allerdings dann Äh Wie man dann ab auf die Interstate 78 Oder war das 76 Habt ihr jetzt leider nicht mehr Im Kopf, was das scheint Es sind auch wenige Truckstops hier Auf der Oder in dieser Version Sagen wir es mal so Das war doch wieder Total unnötiges Manöver Aber sowas von unnötig Wenn ich vor Das ist wirklich smooth Gebaut Also es muss baubar ist Aber es sind Anderes sind bei solchen Geschwindigkeiten Auch echt Nicht trennender Und dann sind wir noch mal so Und dann können wir es Noch ein bisschen weiter mussten rüber. Dann ab nach Omaha. Dann sollten wir das auch schnell zufolge, wenn wir es eben beendet haben. Wir haben danach sogar, wenn alles glatt läuft, toi toi toi. Gut, dass ich auf dem Holzschluss sitze und klopfen kann. Das war ein bisschen doll, aber auch egal. Dann haben wir wieder über 100.000. Wie gesagt, wir werden in der Wissenschaft von American Truck Simulator, ah nee, das ist ein LKW. Ich weiß nicht warum, aber ich war beim Billboard noch hängen geblieben, dass es ein Billboard ist. Wir werden hier glaube ich als erstes die Garage kaufen können. Und dementsprechend auch die Garage erweitern können. Und dementsprechend auch zusätzlich ein LKW für den Fahrer. Weil wir hier halt einfach so lange, gut wir haben halt lange Schulen. Das darf man auch nicht vergessen. Man darf, wir dürfen aber auch relativ zügig hier durch die Gegend fahren. und wir bekommen ganz gut Geld dafür. Na ja, werden wir glaube ich hier relativ flott das Ganze haben. Dann hat er plötzlich irgendwie keine Ahnung Schub bekommen, was da plötzlich voll was gegeben hat, aber auch immer. Das Fetter habe ich, oder habe ich nur das Gefühl, und habe zu stark gebremst, dass er jetzt im Gesteller fährt. Aber 170 dürfen mittlerweile wieder. 600 Meilen haben wir noch vor uns und wir dürften gleich Omaha erreichen. Ja, komm. Das reichen Omaha schätze ich mal in 30 Meilen, 30 bis 50 Meilen. Ich wollte gerade sagen, lassen wir ihn ein bisschen davon ziehen, indem wir zwei Mils ein paar Auer mehr geben. Aber dann gab er... Ja, sagen wir. Alles belastend hier. Nur dieses inkonstante... Das ist nun komplett durch die Sache gefahren. Toll, geil. Ich denke mal wieder unterstrich 70. Wir sind kurz vor Omaha. Wir sind durch Omaha durch. Ah, okay. Es wurde wahrscheinlich aufgedeckt, dass wir da lang gefahren sind. Ich kann mich so persönlich daran erinnern, dass wir in Omaha gewesen sind, um es anzuliefern und abzuliefern. Das muss aber auch nichts heißen. Da kann man auch alles wieder mittlerweile vergessen. Es sind ja auch jede Menge Wochen, Monate vergangen, seitdem wir hier wieder um durch die Lande ziehen. Oder schleichen. Je nachdem, wie man es nennen mag. Dann halten wir uns mal rechts. Dann haben wir auch gleich unseren Platz für, naja, die Nacht in einem Vorzeichen. Und da sehen wir... Ach, hier ist... Ach, das ist bei Omaha. Okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Hinten geht die Sonne auf. Und wir sehen die Skyline von Omaha. Wir fahren diesmal aber auch wieder dran vorbei. Dann haben wir es aufgelegt, weil wir hier dran vorbeigefahren sind. Wie viel Gas geben brauchen wir eigentlich nicht. Ich weiß nicht, da wir ja schon bei Pause am Schlafplatz sind. Aber... Das wäre bei der Rest Area oder bei einem Truck Stop. Ja, Truck Stop, keine Rest Area. Was heißt eher... Was heißt eher... Es ist... Was heißt eher... Es ist... Einmal mal auf der linken Spur. ist ja noch ein kleines Stückchen aber nicht mehr allzu weit schön so wie die einzelnen Wolken selten noch bestrahlt werden von der Sonne schon besser gesagt da vorne ist unser Wegpunkt dementsprechend unser Platz für die Nacht unser Ausruppplatz dann haben wir dementsprechend noch knapp 470 Meilen in der nächsten Folge zu fahren oder 460 der bringe er auch raus kommen wir hier raus ja drive through legen wir es mal hier hin dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder wenn wir die Fahrt weiter nach Colorado Springs Colorado weiterführen und die Fracht abliefern vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei AmeriDocontries dem Nater Staffel 3 Reloaded oder einem anderen Video hier auf dem Kanal wieder bis zum nächsten Mal